herzlich willkommen leute in welt 4 von super mario 3d world wir sind hier bei der sumpf der krieg piranhas leute hier sind wir stehen geblieben und hier starten wir heute auch wieder rein da in die box das sieht aus so leute kann man nicht hier rein schießen ist denn irgendwas geiles sternen oder sollten stern und stern 1000 punkte da kann ich auch so verzichten so den hier noch mal rein hier weg mit dir irgendwie das gefühl doch nicht kenne ich wollte erst sagen es gibt bestimmt mal irgendwann grünen stern wenn man so eine pflanze rein schießt leute ich hab das gar nicht gecheckt ich hab das gar nicht gecheckt was sie von mir wollten ja man kann da nicht noch mal rein was ist das für ein dilemma leute ich hab das doch gar nicht gecheckt hat mich heftig blamiert und wir keine feuerblumen leute kann man da unten ach fuck mario taucht wie taucht er denn noch mal leute ist mein gott oder sogar ein stern nice komm hoch jetzt hier schnell ja guck mal da hast du auch noch was warum riskiere ich das jetzt leute wir werden da sterben für den stempel wahrscheinlich nicht und wir haben es geschafft und ist tatsächlich der stempel und wir werden jetzt unten nicht noch mal extra gucken gehen ob das vielleicht der dritte grüne stern ist aber ich glaube da kommt wir sind später wenn die drei jahre relativ nah beieinander so was man ist direkt tot alles klar wir haben auch den stern nicht mehr und dann haben wir auch bestimmt den stempel nicht mehr logischerweise und jetzt müssen wir waren es wieder eingefahren ist kommen sie zu da und schwupp was für ein drecks timing leute da sind wir so nicht da in diese lila gülle rein das haben wir gerade am eigenen leibel erspüren müssen leute da gibt es einen grünen stern jetzt wenn wir das schaffen ja dann haben wir doch zwei von drei oh mein gott oh mein gott da wie knapp mega knapp leute jetzt müssen wir hier durchwaschen ja gut 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 müsste jetzt das ziel kommen denke ich hier kann man auch noch mal abkarten schafft ja nicht level beendet leute so und somit haben wir 61 grüne sterne schon da ist wieder ein pilzhaus und was ist das leute ein geowatz oder was oh oh ob das gamefreak gefällt oder eher ein kleinstein ne sucht es euch aus leute so kleines paket hier auf was haben wir denn Bock leute auf die feuerblume beste ja das muss man jetzt natürlich speichern was erwartet uns denn da aus dem weg karumpelbande alles klar pop 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 nichts geschieht leute oh und weg mit dir okay weg mit dir Hilfe weg mit dir aha okay das ist witzig aber auch einfach oh jetzt bin ich fast selber in die Lava gesprungen oh das war's schon alles klar danke für den geschenkten Stern vielen dank für den stern vielen dank wie lieb von dir okay das sollte ich lassen heute nicht dass sie jetzt direkt abschaltet das ist ja nicht in der sache tippt 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 tchte tippt 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 so was haben hier a dance in der wolken disco oh 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 leute ich richte fails ich rieche fails leute oh okay bis hierhin noch alles gut oh korrekt das finde ich nice so hier jeweils einen drauf mach da keinen Scheiß jetzt komm das macht dann der andere komm so jetzt aber für Münzen oh nein Leute ey ich hab das Timing noch nicht so richtig raus fuck ey oh nein nein und ich sag noch es riecht nach Fails hier gab es auch schon eine Kirsche hab ich vorhin gar nicht mitgenommen jetzt sind wir schon zu Dread wie soll ich das denn jetzt schaffen dass alle drei da rüber kommen ja komm wir bringen zwei ins Ziel ach scheiß drauf hier die Münzen das war auch schon wieder mega knapp so Leute muss kurz den richtigen Moment erwarten so gut so gut wir sind in der Safe okay ein Mario weniger holy shit der ist weg yeah wieder zwei Marios das ist mega knappe oh oh ein Jackpot was vier Stück safe nicht auch für den Kack Stempel alter nein 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 wir konnten hier direkt auf die Plattform Leute das ist nicht das sind einfach nicht meine Level denn ne oh mein Gott okay Ruhe bewahren okay okay jetzt wieder zwei Marios bitte jawoll so wo gehen wir jetzt lang wir können hier runter rodeln oder wir gehen da in die Röhre wir schauen mal erstmal in die Röhre ein grüner Stern ist hier möglich oh da müssen wir alle Münzen einsammeln oha uiuiuiuiui war nicht so einfach mit nur zwei Marios alleine hätte ich jetzt definitiv nicht geschafft so Attacke oh alter ey komm schaffst du ja wenigstens einer nein hier hätte ich zwei gebraucht da wäre doch bestimmt der dritte Stern gewesen shit Leute Alter scheißegal Hauptsache irgendwie ins Ziel gekommen Leute obwohl der Level ja echt nicht schlecht ist also von der Machart her gefällt der mir eigentlich noch die Idee ist nicht schlecht ich mag die Idee mit dem doppelten Marios oder dreifachen oder vierfachen fünffachen Marios die Idee gefällt mir und die Einbindung war jetzt auch nicht verkehrt was haben wir hier Abenteuer in der Trampolin in den Trampolin Bergen Leute Trampolin Kann man gucken Okay, alles klar, man braucht jetzt hier nicht obwohl doch! doch, wenn man richtig drückt Marvin ich spreng mario höher musik ist überragend leute aber ob das level hier jetzt unbedingt unser freund wird weiß ich ach du scheiße auf einmal okay läuft das ist ja sehr verdächtig dieser kreis für münzen okay holy shit oder zwei ganz wichtig nein okay hier ist noch so ein ding ich dachte wir hätten jetzt ein gegner geworfen den stern zu kriegen alles gut das geht auch so so checkpoint so rein hier in die gute kiste ja wie hallo wie die sind ja voll schwer diese rosa den kisten die sollten wir denn kriegen hätten wir noch näher ran gemusst wie kann man eigentlich safe leben mitnehmen aber ich krieg das natürlich nicht hin scheißegal hier geht es weiter da ist das tempel hier deutsches tempel rein hier in die zu guten stempel wir sind da ja so fan von und weg hier oder schon das ziel leute hier ja 1-up Oh, eine Röhre. Alter, was geht denn jetzt hier gerade? Wir schauen mal, was hier unten ist, da ist ein neuer Level, die verlorene Stadt in den Spike-Bergen, okay. Ach, die Dinger heißen Spike, okay, alles klar. Jetzt, wo ich es höre, muss ich zugeben, hat man das schon mal mitbekommen, so. So, wir gehen jetzt mal hier in die Röhre, Leute. Raserei im Rätselhaus, Alter, da gibt's, what the fuck, 10 Sterne? Leute, da gehen wir doch mal rein. Moin, wie geht's? Tschüss. Nein. Oh, ich hab schon den ersten Stern verkackt, Leute. Oh, wie schade, aber immerhin kannst du die grünen Sterne behalten, die du bisher eingesammelt hast. Versuche auch, die übrigen Sterne zu ergattern. Ja, nur blöd, dass ich gar keinen Stern bekommen hab. Aber jetzt aber. Juhu. Ja. Das sieht doch schon mal besser aus. Okay, das ist auch easy, da braucht man ja eigentlich nur durchrennen. Okay, das weiß ich gar nicht schwer. Und hier muss man nur wegrennen. Das ist auch nicht so schwer. Das erste, die erste Herausforderung, die schwerste gewesen. Ah, das wirkt vielleicht auf den ersten Blick schwer, aber ist jetzt auch nicht so schwer. So, vier grüne Sterne haben wir schauen. Okay, hier kann man leicht einen Flüchtigkeitsfehler machen. Ja, ja. Das Köstchen interessiert mich nicht, auch wenn da vielleicht nur ein One-Up drin ist. Was ist das hier nochmal? Ah, okay, alles klar. Uh, okay, das war schon knapper. Ich dachte erst, ich komm nicht ran. Okay, das ist wieder mega einfach. So, zwei noch, Leute. Das verkacken wir bestimmt noch. Oh, okay, das war auch sehr knapp. Komm, ein Stern noch bitte, was einfacher ist jetzt. Ja, wir schaffen es aber. Scheißegal, alle Sterne haben wir bekommen. Läuft bei uns. Yeah. Einmal gefällt, gleich am Anfang, weil wir noch nicht richtig drin waren. So, und zehn grüne Sterne wandern auf unser Konto. Tschüss. So, was meint ihr? Wir gucken mal eben bei der Lottery vorbei hier. Eine Glocke. Komm, jetzt. Jo, ein Level ab, Leute. Los, Mario, schneller. So, jetzt besuchen wir Spike. Die verlorene Stadt in den Spike-Bergen. Hm? So, was ist eigentlich immer relativ einfach, auszuweichen. Das sollten wir hinkriegen. Auch wenn wir jetzt hier wieder die Katze sind. Die verhasste Katze, Leute. I hate it. So, eine Röhre. Wahrscheinlich zum ersten grünen Sterne. Oh, ja. Alles markieren hier. So, kein Zeitlimit. Alles chillig. Und da haben wir ihn. Oh, das war schlecht. Was hab ich da denn gemacht? Für'n Kack, Leute. So, wir sind wieder eine Katze. Yeah, richtig geil. Und wer ist er hier, der Boss? Was? Was soll ich? Ich dachte schon, der macht nichts. Guck den anderen beiden zu. Egal, er muss trotzdem sterben. Oh, nein. Oh, verschätzt, Leute. Ah, ja, was kann ich denn dafür, ey? Man muss doch denn springen, oder sieht das falsch? Und den nehmen wir mit. Oh, wir haben einen verpasst. Fang. Yeah. Wuppa. Yeah. Mit Wandsprung zum Level-Up, Leute. Und somit nähern wir uns dem Ende der vierten Welt, Leute. Nur mal zwei Sterne aufs Konto. Und hier sind wir beim Schloss. Und da sind wir schon in der nächsten Welt. So schnell geht das. Und das Schloss, Leute, seht ihr allerdings erst im nächsten Part von Super Mario 3D World. Und dann geht es auch weiter mit Welten Nummer 5. Wo guckt mal, Leute, man braucht nur 50 Sterne. Und wir haben Seite 77. Läuft bei uns. Aber wie gesagt, weiter geht es im nächsten Part. Bleibt dran, Leute. Verfolgt das Projekt. Bewertet doch einfach mal mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt mal einen netten Kommentar in die Kommentarbox. Bleibt gesund, Leute. Haut rein. Ciao.